Hä? Ich wird ständig von hinten getroffen. Aua. Nix gut. Au, 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 okay. Hä? Okay, nächster Versuch. Ich fand die Stelle früher schon scheiße schwer mit den Soldaten. Oh mein Arm. Okay, machen wir mal einfach. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwas erwischt habe. Schmerzhaft. Aber durch. Oh, Ladebildschirm. Hm. Okay. Die Stelle war übel. Und ich bezweifle, dass es jetzt erstmal leichter wird. Okay, aufzukonstruiert nicht. Die können höchstens vom Gegner benutzt werden. Boah. Boah. Na komm. Kann ich hier rein? Nö. Geht mit dem. Ich erschrecke mich immer so gern. Ich glaube, hier gibt es nicht viel Wegvariation. Aber hier war doch... Nö. Ähm, ja. Also hier ist ein Lüftungsschacht, wo ich durch kann. Da komme ich nicht durch. Also der einzige Weg. Nicht einer hat sich gewehrt. Ja. Ich wehre mich aber. Das war's? Nö. Nicht verwendbar. Bitte? Ich muss hier irgendwie durchkommen. Ah. Nicht verwendbar. Ja. 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 Aber es gibt ein altes Dekommissionen-System von hier, außer dem Silo-Komplex. Wenn du es durch die Raketen-Test-Labs machen kannst, kannst du deinen Weg durch die alten Tunnel, um zu schützen, was von der Lambda-Team ist. Du kannst ihnen vertrauen. Du kannst alle von uns vertrauen. Und dann das Lombarder-Team finden. Sollte nicht allzu schwer werden. Oh, ich werde Verpflegung mitnehmen. Und den Aufzug nochmal aufladen. Immerhin. Nee, die brauchen wir im Moment noch nicht. Ja, hast du aber gesagt, was ich machen soll? Ich glaube, bei der Bahn waren auch noch Soldaten. Explosionskrater. Ach, jetzt macht das Ding noch fort. Schön mit der Schrotflinte. Oh nein, ein Kotzer. Auf jeden Fall die Batterie. Mehr bringt mir da sowieso nicht. Und da muss ich mich mit dem... Alter! Mit dem Kotzer abfinden. Jetzt ist er einmal weg. Jetzt ist er platt. War ein bisschen übertrieben. Okay, das hätte mich auch das Leben kosten können. Oh, wie süß mit den Eimerchen. Jetzt weiß ich gar nicht, weil ich aufgemacht habe mit diesem Schalter. Noch ein Aufzug. Ich denke mal, den muss ich benutzen. Was ist das? Was ist das? Oho. Granaten. Nimmt aber nicht mit. Oho. Oho. Warum konnte ich jetzt nicht einfach den Aufzug benutzen? Ich hätte ihn wahrscheinlich benutzen können. Bin aber zu blöd. Wasser spritzt. Boah. 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 mich eigentlich für schämen okay ich weiß jetzt nicht mehr was für viecher hier waren aus und aus innen bahn steigen geschwindigkeit erhöhen geschwindigkeit verringern ja rückwärts geht auch dann gehen wir mal voll pinn und da kann ich einfach kaputt fahren so stimmt nein und soldaten jetzt habe ich die kiste noch kaputt gemacht okay ich glaube da renne ich jetzt einfach nicht durch plurre ne da gehe ich lieber über so ein schön stabiles gitter ich dachte jetzt springe ich ins nirvana nicht verwendbar da vorne komme ich wahrscheinlich nicht hin gucken wir hier hier ist nichts mehr hier ist es nicht mehr alter nichts wertvolles drin hmm noch mehr plöre hier kann ich nicht durch die rohre ok war klar dass er mich auf jeden fall erwischt wie geil das zeug leuchtete und ich muss mal kurz gucken Tastatur wo ist eigentlich quicksave quicksave schnell speichern f6 ok f6 ist irgendwo hier ja saved wunderbar ah jetzt sind wir schon an diesem dicken silo muaah hinten gammelt das viel rum hier sind nur eins ne es sind mehrere ja 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 wir wollten mal auf den Sack gehen ok da hat man so ein rauschen da drin das ist hier nicht nur sobald man nerven der plöre kommt geiler effekt ok ich glaube nicht dass das alle viecher waren jetzt braucht nichts mit bringt mir das jetzt was wird jetzt geil wenn die wenn die ganze aufzu